Ich habe eine Frage, wie sieht das eigentlich aus hier mit dem Tierhandel da? Läuft der Ase noch oder was? 20 Stunden sind ich zu Hause und spiel das ist mega. Spar dir deine Scheißwitze. Papiere bitte. Ich habe euren kleinen Freund hier bei mir im Kofferraum. Und euer kleiner Freund hat ein Tape vom Mond und sieht überhaupt nicht gut aus. Pass auf, du hast genau 24 Stunden. Die facken ab, die Tschetschenen, Alter. Die sind irgendwie in einem Auto oder Dings. Bei Stoff drin. Ja. Warum haben wir das nicht gefunden? Hätte ich schon. Ja, genau. Was? 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 Oh boigen, was? Oh… Oh… Oh … Oh… 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 Oh, okay, wir arbeiten. Wir arbeiten zu, also machen mit ihm. Wir arbeiten. Vielen Dank.